Bernd, was denn? Bitte sag was. Was soll ich denn sagen? Hallo? Hallo? Oh Mann, Bernd, echt, das ist ein Grußwort, ja, für die Maxi und für den Nino von High Five. Da sagt man, Hallöchen, Maxi, Hallöchen, Nino, das Berndspiel ist total so wie Blabla-Dings und deshalb Kaufi, Kaufi und alles toll, ihr Schnupsis. Hallöchen, Nino, das Berndspiel ist ganz so wie Blabla-Dings und deshalb Kaufi, Kaufi und alles toll, ihr Schnupsis. Ich hätte dir sagen sollen, dass die Maxi und Nino heißen. Maxi und Nino? Ich habe nur Nino mehr gemeint können. Ich habe Maxi-Nino verstanden, aber Maxi? Du magst sie Nino. Maxi? Nein, Maxi, Maxi, ist das Mädchen? Ich mag sie. Wer ist das Brot und ihr Unmöglichen? Ab 12. September im Handel. Mist.